Als Maren bei »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« ein Jobangebot aus den USA annehmen will, legt Michi eine unerwartete Kehrtwende hin. Großes Drama bei »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten«. Kurz vor Start ihrer Flitterwochen teilt Michi, Lars Pape, seiner Frau Nicole, Laura Lippmann, mit, dass zwischen ihnen nichts in Ordnung ist. Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am kommenden Donnerstag, 5. Oktober um 19.40 Uhr, im Free-TV zeigt. Beim Streaming-Dienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. GZSZ – Nicole spioniert Michi nach Zu der schlimmen Situation kommt es, weil Nicoles Eifersucht auf Maren, Eva Mona Rudekirchen, keine Grenzen mehr kennt. Das Kontaktverbot scheint ihr nicht Versicherung genug zu sein. Nicole spioniert Michi nach und lässt sich sogar dabei erwischen, sein Handy zu durchforsten. Dann war unsere Hochzeit ein Fehler, lässt Michi sie wissen, versucht allerdings trotzdem noch einmal, Verständnis für seine verletzte Frau aufzubringen. Michi, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich in so eine Situation gebracht habe, dass du dich so unsicher fühlst und eifersüchtig warst. Du hast das nicht verdient, nichts von dem, und schon gar nicht, dass ich dich betrüge und dir danach die Schuld gebe, dass es Kacke läuft. GZSZ – Maren will nach Amerika auswandern. Doch seine Meinung ändert sich, als er von Tobias, Jan Kittmann, erfährt, dass Maren ein Jobangebot aus Los Angeles bekommen hat. So kommt es kurz vor Start der Flitterwochen zu einem unangenehmen Gespräch. Michi, das geht so nicht, das mit uns, sagt er zu Nicole. Nichts ist okay. Gar nichts. Da ist noch was zwischen Maren und mir. GZSZ – Tobias weiß nicht, ob Maren zurückkommt. Wir sind gespannt, ob die beiden ihre junge Ehe noch einmal retten können. Sicher ist, dass Maren vorerst drei Wochen in Amerika bleiben wird. Ob sie danach zurückkommt, vermag Tobias nicht zu sagen. Waren – Drett, Barsch. Barsch – Barsch. Barsch. Vielen Dank.